Jolanda Annen Hallo zusammen, ich bin Jolanda Annen, 23 Jahre alt und komme aus dem Kanton Uri. Seit sechs Jahren mache ich Triathlon. Mein grosses Ziel sind jetzt die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Und hey, jetzt will ich euch erzählen, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. In einem Jahr schwimme ich 1248 Kilometer, mache 2.121.600 Pedalumtrainungen und dazu kommen 3.640.000 Schritte beim Laufen. Puh, also ihr seht, meine Muskeln haben einen mega harten Job mit mir als Triathletin. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele würde ich darum gerne meine Muskeln noch mehr im Fitnesscenter stärken und anschliessend in einer professionellen Sportmassage erholen. Fitness, Massage, Trainer, das ist alles sehr teuer und muss ich aus meinem eigenen Geld zahlen. Darum habe ich jetzt ein I believe in you Projekt gestartet und hoffe, dass ihr mich auf meinem Weg nach Rio unterstützt. Ich danke vielmals für eure Unterstützung und vor allem, dass ihr an mich glaubt. Ich freue mich über jeden Franken, der zusammenkommt. Be behavior wird haltet. Ich freue mich über jeden Franken, die in der Musik auf dem, wenn ich sage, die in der Zeitung nicht ganz gut geführt. Eine besser-räume-Konferenzte-Konferenz. In der Zeitung wird es sehr gut gelegt und einfach ein Stück. Ich freue mich über einen Moment! Untertitelung des ZDF, 2020